ja weil die steuerung noch ein bisschen los geht es läuft eigentlich ganz gut die imposter von wegen personenschutz und die imposter das muss jetzt sein wind rache nein die arme charlie ich bin nicht als erstes los ich bin nicht als erstes tot ich habe ich überlebt habe ich glaube ich auf jeden fall ist nicht voraus ich habe die leiche navigation gefunden aber ich habe nicht gesehen warum folgendes ich habe so ein bisschen geguckt wir waren untergegangen das waren ich war jetzt aber ich glaube ich jetzt sky war glaube ich jetzt am mutter drinnen und noch irgendwer mit lenny tun ja okay dann das also ich kann an uns mal ausschließen ja genau wir hatten beide genau diesen tast also er waren wir waren bei der müll und dann bei der bei den download upload was heißt ja also will hat sich upload hat sich nicht ich bin da ich stand einfach weil ich habe natürlich mal wieder nichts gesehen wo lag wo lag die leiche direkt navigations von der haupt okay ich glaube sache ist ich habe wirklich dran vorbeilaufen sehen ich habe ich bin nicht direkt gestellt fast wo da oben an download wer stand in download bei weapons ja ich habe ich und pink ich weiß gerade überhaupt nicht ich bin so ich bin so lost ich habe gesehen vorbeigelaufen sind lenny charlie zwergi wo fahr ich bin ich da vorbeilaufen die ganze zeit ich habe irgendwas irgendwas ich bin ich bin grad so lustig da irgendwas in ich meine irgendwas in dingens dort in weapons habe ich gemacht und irgendwas in utu habe ich glaube ich gemacht ich bin ich bin mir gar nicht mehr sicher das ist ich bin da bin grad so bin gar noch nicht richtig drin in der runde ich bin mal so dass jemand das erste runde also ich gebe dir jetzt den tipp atme mal ein atme mal aus und dann sagst du mir bist du weiter als navigation gelaufen das weiß ich bin ich bin nie dort ich war dort im weg im eck ich war kafeteria navigation ich bin über navigation nicht raus ich bin dort mit in dem eck dort rumgelaufen ich war da ist es das heißt du stehst noch in navigation ich müsste ich müsste jetzt irgendwie ich müsste jetzt oben in weapons steht ich müsste jetzt irgendwo nähen in der nähe von weapons es ist ein bisschen weiter weg jetzt bitte nicht zwerge ja das wäre jetzt wirklich blöd ich wollte sagen ich habe lichter gefixt na komm leute nicht da ist es ist doch ich wollte ich meine ich meine ich ist direkt am anfang mit untergegangen steht und ja jetzt ob ich jetzt gebotet werde am anfang warum gehe ich jetzt runter das wird sich kein alarm machen nachdem er war was zu so der weg steht dort morgen aus mit nennigkeit und mit weg ach du scheiße zwei imposter wollte ich sagen ja ein imposter ist davon ich muss jetzt aufpassen was ich tue ich mache mal hier reaktion warum nicht mal ein bisschen an deren tasks zu ändern ein bisschen ablenkung schaffen ich habe türkis nicht zu hören bei elektrik gesehen an der tür zu elektrik ich kam dort runter von lauer händchen und habe dann dort am eingang ich wollte es wird gar nicht rein zu elektrik ich war hier kam aus der reaktor war da noch ein lauer händchen und dann dort unten da war ja hier meldstern doch ich war auch nicht okay dann bin ich falsch gelaufen ich war bei reaktor drüben ich war bei reaktor safe drüben und bin da runter zu zu lauer händchen und habe unten bei elektrik die die gleiche gesehen also hier geht aber der laufweg erschließt sich mir nicht also auch zeitlich nicht so ganz also das ding ist also wo hattest du die leiche gefunden im eingang also fast noch im flur von elektrik also eigentlich eigentlich gar nicht elektrik und da war noch niemand was waren deine tasks ich bin halt in elektrik gewesen ich habe dann die diese diese dingen stopp task gemacht und den schalter rüber zu schießen als ob ich jetzt hier beschuldigt werde aus elektrik rausgekommen vor jetzt ein paar sekunden ja weiß ich genauer ich mach da wie gesagt meine tasche und entdeckt dann welche und alles hat sich da raus kam ist die in elektrik drin die liegt vor der vor der tür die würde die also als ob jemand die tür zu gemacht hat und gekillt hat das ist irgendwie die die ganz elektrik drin entweder ist halt wirklich sehen du hast da auch hier dann da jemand noch irgendwie rein und ist dann ist er mir noch nicht weiter du bist ja auch runter richtung storage gegangen das habe ich gesehen dass ich habe keinen gesehen dann muss die sache ist wer war in medbay jetzt momentan nicht also theoretisch den killer also vor allem auch den überatmen gesehen und wenn der killer jetzt in medbay war und jetzt kann sagt okay ich war in medbay dann denke ich mal dass es zwerge nicht ist sondern derjenige denn medbay war und ich habe zwerge wenn er wirklich ein reaktor war auch über admin panel gesehen ich war ein reaktor guck mal skypeck das ding ist lauer händchen beide haben zwerge erstmal bei uns rechts gesehen so dann ging ja ja da habe ich ja da habe ich ihn auch gesehen unten bei shields genau einfach immer nur im kreis gelaufen gefühlt also vielleicht wegen dem alarm vielleicht ist da ich durcheinander gekommen ich bin beim alarm durcheinander gekommen ich habe gedacht der reaktor beginnt aber dadurch dass jemand gesagt hat dass er ein medbay ist denke ich mal dass der killer halt da war es wäre wahrscheinlich also ich kann es gehen und sky kannst du die erste ohne komplett prüfen auch leute also ich kann weg komplett kommt der leuchtet mit mir ein kann ich nicht jetzt bin ich so sass ich werde ja ausgeschmissen oh man es ist ja hier eine heftige imposterrunde muss man ein bisschen vorsichtiger sein ich bin doch eine task ok konnte doch noch nicht jetzt haben die mich gesehen in der tüge so das ist eine entschuldigung jetzt warum stehe ich jetzt hier 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 so das dürfte jetzt reichen stand jetzt danke noch jetzt mal wieder rüber ja einen post der kollege navigations ja jetzt mal die tasse fälschen das ist halt hier schwierig schwierig meine fresse ich glaube wir meinen runden dann ich darf hier nicht schon wieder auffallen ich gucke jetzt hier mal ein bisschen security vielleicht sieht man hier mal ein bisschen was effektion der ahnung alle sind dort ich traue mich gar nicht mehr zu killen mit bei zu viele hier ich bin gleichzeit mit den leuten los ist ich kenne ihn nicht es ist geil es geht gut kennen können Chance vertan. Nicht wichsen gehen. So, ich laufe mit Arno. Warum gehe ich hier schon wieder hoch? Ja, ich muss irgendwann jemanden umbringen hier. Äh, Lenny? Ja? Was war das am Ende gerade beim Licht fixen? Du bist viel zu spät gekommen und standest immer noch da. Obwohl schon längst gefixt war. Hm. Hä? Nee, ja, ich hab aber auch nicht gefixt. Ich hab jetzt einfach da gestanden, weil ich jetzt mit meinen Aufgaben fertig bin. Ich laufe einfach nur gerade irgendwie drum rum. Was war das? Weil du bist Imposter und dachtest, es wäre noch nicht fertig. Und hast dann gemerkt, oh, er ist doch fertig. Naja, nee. Ich hab gar nicht an dem Licht gestanden, an diesem Licht. Ach, du hast du an dem Licht, nein. Ja, doch. Bei mir standest du da zumindest. Ja, nee, ja, bei mir nicht. Ich bin kurz rein, hab dann gerade geschaut, wer jetzt alles da ist. Und dann bin ich aber auch ins und wieder raus. Ich hab da jetzt nicht groß irgendwie gestanden oder so. Würde ja gar keinen Sinn machen, wenn ich, ich meine, ich kann ja auch nichts am Licht machen, wenn da halt nichts da ist. Ich seh ja, ob sich bei mir ein Fenster öffnet oder nicht. Ich hab mal ne kurze Frage noch. War jemand letzte Runde mit Zeri unterwegs? Ja, ich war fast die ganze Zeit. Die war mit Arno unterwegs. Das heißt, nur ihr beide. Letzte Runde hab ich auch noch, ich mein, Güzy bei Dingens, bei Security gesehen. Achso. Da war auch noch. Haltet einfach mal gelb und pink im Auge, okay? Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Ähm, pink kann ich ausschließen. Er hat gescannt, ich hab noch den Scan-Task und ich hab geguckt, er hat sich gescannt. Danke. Okay. Oder pink und grün. Ich weiß. Ich hab geworfen. Ich will auch, ne, weil, äh, was ich gerade eben noch gemacht hab, wegen, weil, ob du Lenny proben kannst, weil Lenny ist, ähm, mit, ist ja auch mit als erstes in der ersten Runde, äh, mit der in den ersten zwei, drei Leuten darunter gegangen, wenn du ja nicht ganz proben kannst. Äh, Sari, darum geht's mir gar nicht. Es geht mir darum, dass du mir ein bisschen zu wenig Tasks machst. Ich bin fertig. Lenny? Achso, am Anfang der Runde auch schon, wo du die ganze Zeit in den Camps warst und so? Ne, da hab ich, ähm, ich bin immer komisch, Leute. Ich war nämlich, ich hab nämlich mein Wirring gemacht, for security. Genau. Dann bin ich an die Camps reingegangen, ne? Siehst du. Weil ich hatte nur noch Medbay, die Probe. Ja, ist ja, ist im Endeffekt egal, es gibt einfach, ich weiß nicht, wem jetzt noch Tasks fehlen, aber es kann nicht fehlen. Ganz kurz, äh, Swergi, was hast du für Tasks gemacht? Ich muss jetzt nur noch meine Probe aufmachen. Ich hab, ich bin mein, mit meinen Tasks fertig, bin, bin raus. Was hast du für Tasks noch gemacht, hab ich gefragt. Wait, was, Swergi? Ich glaube, irgendwie ist es dieses Doppel-Z-Pack. Ich war doch überall schon, ich hab alles gemacht. Okay, du hast Swergi eben extra noch in Schutz genommen, weil ich dachte, okay, wenn niemand sagt, er ist in Medbay, äh, dann muss das der Killer gewesen sein. Ich hab meinen Tasks gemacht, ich bin überall überall. Swergi, du hast legit gar nichts gemacht, wie kannst du fertig sein? Ich war doch immer, ich war, ich war, ich bin quer durch den Raum gelaufen. Wir haben Swergi im Blick, Hörmar. Wir haben jetzt das, was ich eingelaufen ist. Was, ich bin, ich bin, ich lauf doch hier nur noch rum. Hat wer noch Scannen? Hat wer noch Scannen? Schatz, das ist halt. Ich komm mal heim jetzt hier, ich komm jetzt mit mir jetzt hier, ich bin nicht zu nah am rumlaufen. Ich hab da keinen Task mehr. Hä? Was? Hä? Ja, ich kam gerade zu reden. Äh, ja, ich wollte nämlich gerade sagen, es wurde, es wurde Emergency. gedrückt und, äh, in den Task-Brecken zurückgegangen. Ja, warum die bei Charlie geliebt hat. Das heißt, Charlie hatte noch eine ganze Menge Quests, oder was? Nee, ich war fertig, tatsächlich. Hä? Hä? Ich bin halt wirklich fertig. Aber ich bin's gerade misconnected und jetzt haben wir auf einmal wieder Tasks. Ich dachte auch gerade so, wow, wir haben ja viele Tasks, müssen wir mal eine Probe abholen und haben wir gewonnen. Und ich dachte auch, hätte ich, da hab ich die letzte Task, die hab ich jetzt gemacht und es hat sich gefüllt und du bist zurück. Ich bin verwirrt, was ist los? Was machst du denn jetzt? Ach, nein, wieso ich? Ich bin doch eben, ich mach nur meine Tasks hier, ich mach immer. Du kannst dieser Spruch mit, ich bin fertig mit meinen Tasks, das kann nicht sein, du bist die ganze Zeit irgendwo rumgelaufen. Ja, wenn ich meine Tasks suche, ich bin doch hier, los, wie es ist, fuck, das ist doch hier. Ja, ich hab den, ich hab echt, ich hab den, 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 ich hab den. Guck mal, das Ding ist, ich konnte jetzt in allen drei Runden Vic proven so. Danke, Leute. Das ist auch gar kein Kill passiert, wir haben Zwerge auch schon groß angefahren. Das Ding ist, es gibt eine Sache, die mich jetzt bei den ganzen Sachen mit Vic gestört hat. Wir haben sehr viele Tasks gemacht und er hat zweimal Shields gemacht. Ich dachte, ich hab das schon gemacht. Du dachtest, du hast das schon gemacht, okay. Okay. Das ist halt so, keine Ahnung, sonst alle Aufgaben oder so. Nee, also bei mir war auch tatsächlich, dass ich als... Wenn ich nicht, dann Vic als nächster. Hab ich das nicht schon gemacht? Deswegen, ich war auch mega verwirrt. Ich weiß nicht... Äh, Wade, seid ihr jetzt gerade dahin gelaufen? Nein, das war letzte Runde. Das Ding ist, wir hatten ganz früh, da haben wir die rechten Sachen abgearbeitet, da hatten wir Shields halt beide gemacht gehabt. Ich weiß nicht, ob der Emergency Call vielleicht oder der WePort, ich weiß nicht, was das letzte Runde ist. Ja, aber warum sollte ich denn 3, 4 Runde lang einfach so mit ihrem Umlauf nur nichts machen? Ich will doch auch gewinnen als Imposter. Vielleicht auch 3, wie ich, ich weiß es nicht. Ja, aber die Runde sind fast fertig. Brauchtet jetzt wieder einfach Zwerge und... Ja, alle auf den Kleinen hier, das ist Vic hier nochmal. Checkt bitte einfach alle nochmal, ob ihr Tasks habt, weil da ist jetzt Charlie... Ich will das ja jetzt eigentlich fertig sein, aber jetzt soll ich schon die jetzt nochmal machen? Ja, weil der Balken jetzt halt wieder zurückgegangen ist. Ja, ja, ich guck mal, ob ich das... Soll ich jetzt hier für Vic voten, weil da ist es halt, ob wir uns die... Ich wollte nur erwähnen, so, also wir gewinnen wahrscheinlich... Ach, ja, von mir aus. Es war halt so, es ist mir aufgefallen, ich dachte, ich muss... Ciao, Zwerge, tschüss. Ja, voten einfach für Vic, bitte. Du bist als nächstes dran, ich zahle es im Feldraum. Na, das war ja noch Wunder. Das ist so richtig... Ah! Na komm, Lenny, mach einen guten Job. Damit wir die Runde noch retten. Ich bin halt als Impostor irgendwie. Ich bin halt nicht zu retten, aber jetzt habe ich die Tür volle nicht zugemacht. Na toll, ich bin so lost als Impostor. Es ist... Es ist schlimm. Also, man, jetzt lasst doch den Button in Ruhe. Was ist das denn mit euch jetzt? Ja, aber warum läufst du mir so penitant hinterher, Lenny? Hey, Lenny, so kapazit. Also, das war so, ich war bei Weapons, dann ging die Tür zu, als ich wieder zurück wollte in die Cafeteria. Ja, dann wollte ich auch rein. Und dann bin ich zurückgelaufen. Oh, nein, wirklich? Ich bin... Ich bin von O2 wieder in die Cafeteria gelaufen, genau so wie du? Lenny, ja, aber du... Die Tür ging... Was nimmt es zu dir raus? Darf ich mal ausreden? Danke. Die Tür ging halt direkt vor mir zu und dann bin ich weggerannt und er rannte mir hinterher unten lang. Komplett. Das könnte sein, dass das so gewesen ist. Ja, aber ich bin halt einfach nur... Wir sind halt einfach nur den selben Weg halt wieder nach oben gelaufen, weil... Was soll ich da jetzt machen? Da war ja nur eine Frage. Soll ich da irgendwie... Daumen drehen oder... Macht doch einfach eure Tasks. Wollen wir jetzt noch eben den Boot? Wollt ihr, dass es wird nicht mehr... Ey, Freunde, ich will allmählich... Ich will... Dann skip mit deinen Eltern. Ey, was ist mit euch? Ey, ey, ey. Die eine Runde haben wir noch, ne? Die eine Runde haben wir noch, ne? Das war unsere. Ja, ich weiß warum, ja. Deswegen, dass die Runde hier zwei gehen. Mensch, da haben wir alle drauf. So, Mann. So, Mann, den ihr ein bisschen unterstützt. Was machst du? Na, endlich, Alter. Wer war's jetzt noch neben Zwerge? Denn ich. eigentlich wollte ich noch irgendwann irgendwie skybreaker mitnehmen oder so lustigen überraschungseffekt am ende noch hat dass wir aber mit diesem dass wir mit diesem drachikill weggekommen sind war ab das war das war das hat beinahe eine frechheit also wirklich ich kill drachy zwergi reportet und ich denke mir ja was hätte ich machen soll ich sage es ins deutsch rein begegnet skybreaker und dachte alles klar spätestens sobald die tür wieder auf ist weiß skybreaker dass ich das war und ich musste darauf gehen dass es ein self report von zwerge war ich musste ihn verkaufen irgendwann und das ganze ding noch und sagt wer ist in medbay niemand meldet sich alles klar dann haben wir den killer ja aber warum wird da und nachdem man darf sie sind für den europa ich habe keine ahnung dann kann es doch so etwas geschafft das ist ich kann einfach nicht im poster das einzige was ich kann es als erster sterben das ist so dass ich meine ich habe manchmal das gefühl dass das Admin Panel irgendwie buggt so das ist eine professionelle erneutend wenn erneutend er hat schon so die geistert an so wo du mich gekillt hast die haben wirklich keinen luigi brett ich habe mir noch gehört soll die jetzt an ihnen vorbei rennen achi vertraue mal und schon mal hat mir das mehr im rückblick gehabt nein es heißt luigi board das weiß noch jeder luigi board 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 wer ist ganz so schön oath dass er so hierOST Esto gemacht werden wird Dkl und öffentlichää Götat Dkl. 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 Wenn du verrückt, sein ist zu Engineering.